So, liebe Fisch-Experten, wer glaubt, dass man Kabeljau nicht grillen kann, weil er zerfällt, der kennt nur die halbe Wahrheit. Die Filets würze ich mit einer Fischgewürzmischung. Dann belege ich den Rost mit Limettenscheiben. Da kommen die Kabeljau-Stücke drauf. Dann schütze ich den Deckel bei ca. 150 bis 160 Grad. Dann leg ich den Fisch nach einer guten Viertelstunde vom Grill. Und fertig. Dann schütze ich den Fisch.